So, hier das Programm des Lichtkinderkonferenz, Freitag, 27. Juli, Eröffnungsfeier, ein Konzert mit Eva Croissant, Felix und Jack, Susan Allison und anderen Talente. Dann ein Film über Visionen und Träume von Kindern und Jugendlichen weltweit, Part-Time Kings, Award, Gewinner. Sonntag, Begrüßung durch den Vorstand des Lichtkinder LKKF, Eva Maria Mora, musikalischer Beitrag von Eva Croissant, Du bist nicht irgendwer. Peter Klassen, anders zu sein, ist das Normale. Dann Michael Nagula, Autismus, Indigo und die Welt der neuen Kinder. Dominik Blümel, 15 Jahre, feinfühlig, sensibel und heiler. Dann Julia Janssen, Sternenkind, Melanie Missing, dann eine Tagrunde, Sternschuppen mit Joy Rottmund. Dann wird das Förderprojekt Stiftung Hölbachhof vorgestellt. Für das Förderprojekt Wir sind die Zukunft, jetzt. Britta Rupio, Lichtkinder im Dunkel, Elke von Linde, Zukunftswerkstatt Jugend und musikalischer Beitrag Viva la Vida. Am Sonntag, nochmal Begrüßung durch Michael Mora, Marie Claire und Inka, Tanzen ist unser Leben. Dr. Susan Allison, Children of Light, wunderbar. John Ruland, Willkommen auf der Erde, kleiner Schatz. Dann eine Tagrunde, Kinderseelen von der Geburt bis nach dem Tod mit David Müller-Rang. Sternenlichter e.V., Olivia Maybach, Trau-Zentrum für Kinder und Jugendliche. Antoinette Gnabkenu, Hebamme, Petra Gerdes. Dann Felix Geselle, Musik. Dann lichtvolle Meditation mit Eva-Maria Mora. Dann Dr. Celia Fenn, Direktorin der Stiftung Star Child Global Children of Africa Project. Dann Stiftung Seeschau, Projekt Children Beyond. Dann Anja Schmidt und auch Pani Puma. Pani Solle V. Abschlusszeremonie, Du bist der wertvollste Schatz der Erde. Moderation Dunja Burkhardt. Dann gibt es eben auch Workshop. Und weiteres, das kennt ihr einfach auch alles in das TV, in das Programm der Lichtkinderkonferenz. Bis heute, bis dann. Ciao.